Hallo, mein Name ist Raul Zählig, ich bin freier Schriftsteller und als solcher habe ich ein Interesse daran, dass ihr, die ihr die Bücher verkauft, vertreibt, verschickt, ordentliche Bedingungen habt, dass ihr ein gutes Gehalt bezieht und auch auf Tarifverträge zählen könnt. Und in dem Sinne gilt meine Solidarität und hoffentlich auch die Solidarität vieler anderer Autoren euch. Macht was aus dem Arbeitskampf und gewinnt. Viel Glück!